Die Kulturhauptstadt Europas 2025 zu sein, bringt Chemnitz riesige Chancen und viele neue, tolle Möglichkeiten. Auch für meinen Bereich hat dieses Jahr große Auswirkungen. Einige überaus positive spüren wir schon heute. Seit uns der Titel im Oktober 2020 zuerkannt wurde, erreichen uns viel mehr Anfragen für Veranstaltungen als sonst. Die Tendenz hier ist steigend. Chemnitz scheint tatsächlich, wie er hofft, auf der überregionalen und internationalen Landkarte anzukommen. Deshalb freue ich mich schon heute darauf, dass unsere Stadt internationale Gäste willkommen heißen und Ihnen eine gute Gastgeberin sein wird. Und, dass wir so ganz neues Flair mit neuen Begegnungen erleben. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Dezernates heißt das nun ganz konkret, alle diese Anfragen der zahlreichen großen und kleinen Veranstalter müssen mit dem offiziellen Programm der Kulturhauptstadt GmbH abgestimmt werden, damit nicht am selben Ort oder zur selben Zeit mehrere Events stattfinden. Um die Vielzahl von Veranstaltungen zu ermöglichen, hat der Stadtrat vor kurzem beschlossen, dass es vor allem im Innenstadtbereich mehr Abendveranstaltungen unter freiem Himmel geben darf als bisher. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für 2025. Gleichzeitig laufen in meinem Dezernat die Abstimmungen mit der Polizei zum Sicherheitskonzept, die für alle Veranstaltungen unerlässlich sind. Denn das ist mein ganz persönlicher Wunsch für 2025, dass wir ein friedliches und von einem entspannten miteinander geprägtes Kulturhauptstadtjahr 2025 erleben, von dem unsere Stadt noch lange zehren wird. Untertitelung des ZDF, 2020